Jede Rasenfläche ist verschieden. Wie kann jeder Garten also individuell gemäht werden? Husqvarna stellt vor. Die Audemower Intelligent Mapping Technologie. Damit Sie Ihren Rasen nach Ihrer Vision mähen können. Nachdem eine virtuelle Karte Ihres Gartens erstellt wurde, können Sie mit Zone Control verschiedene Arbeitsbereiche definieren und Ihren Rasen ganz nach Ihren Wünschen gestalten, während Sie Informationen über die Besonderheiten und Veränderungen erhalten. Anpassungen können Sie einfach in der Audemower Connect App vornehmen. Die Kartenansicht zeigt außerdem, wo sich der Mäher sowie die Begrenzungs- und Leitkabel befinden. Müssen manche Flächen häufiger und andere seltener gemäht werden? Soll auf eine bestimmte Schnitthöhe oder zu einer bestimmten Zeit gemäht werden, soll der Audemower bestimmte Bereiche meiden? Mit der AIM-Technologie haben Sie die Wahl. Bis zum nächsten Mal. Was ist das scrap that Aussage? noch nicht? Was ist das customize? Mahst. Vielen Dank.